Halli, 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 hallo! Wir machen ja jetzt einen Kuchen mit Mandarinen Geschmack, mit Zitronengeschmack und ich werde jetzt erst mal die Streusel machen, wenn ich hier meine Mehlpackung aufbekomme, ohne dass mir das Mehl hier total in der Gegend rumschießt, weil das ist so eine XXL 2 Kilo Packung. So, jetzt erst mal die Waage einstellen. Ich nehme wieder meine Form 18 x 18 cm. Jetzt muss ich nur gucken, weil ich brauche nicht so viel, dass mir hier nicht so viel rausklatscht. Dann brauchen wir Zucker, also ihr könnt ja wieder die Umrechnungstabelle nehmen, die habe ich ja verlinkt, solltet ihr eine andere Form nehmen, die ist ja in der Infobox, dann könnt ihr jegliche andere Form ganz einfach auch benutzen und dann brauchen wir natürlich Butter. So, und das verkneten wir jetzt zu Streuseln. Sodele. Oh Mann, ich flicke aus. Jetzt geht es weiter. Einmal mit Quark, dann mit dem ausgepressten Zitronensaft, dann mit der weichen, flüssigen Butter. Wir brauchen Milch, etwas Vanillezucker, ich nehme jetzt aber Vanilleextrakt in meinem Fall. Dann Zucker und wir brauchen etwas Stärke. So, und das verrühren wir. So, dann kommen unsere Mandarinen. Das kommt jetzt in unsere Form. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee war mit dem Backpapier, ob sich das nachher halt auflöst. Das kann gut sein. Ich werde es euch dann einfach berichten. Und dann geben wir einfach noch unsere Streusel drauf. Und dann geht es ab in den Ofen. Der ist ja auf 180 Grad ober- und unter Hitze vorgeheizt, falls ich es nicht gesagt haben sollte. So sieht der Kuchen jetzt aus. Ich muss allerdings sagen, ich habe den jetzt über Nacht im Kühlschrank gehabt. Weil, also erstmal, der war 70 Minuten im Ofen, bevor ich das nachher vergesse. Nur, ich hatte dann am Abend keine Lust mehr, das Video noch zu Ende zu machen. Deswegen ist der jetzt natürlich etwas fester, weil er halt, wie gesagt, ganz viele Stunden im Kühlschrank war. Aber das hindert ja nichts daran, das Ganze mal zu probieren. Also, wie gesagt, so sieht es aus. Möwe. Super lecker. Ach so, was ich noch sagen wollte. Und zwar, die Streusel sind ein bisschen mit in den Teig reingezogen. Wer das nicht mag, kann natürlich auch die Streusel, meinetwegen, erst eine Viertelstunde später auf den Teig geben. Wo der Teig schon ein bisschen Festigkeit hat. Das kann man machen, wie man mag. Also, es sind ja noch welche hier oben. Nur halt, ja, muss halt jeder für sich entscheiden. Aber so, super lecker. Und deswegen kann ich nur sagen, macht es nach, lasst es euch schmecken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss.